Moin Leute und kommen willkommen zurück zur nächsten Faire Therapie Folge Faire Therapie heute werden wir es schaffen die alte Hexe zu besiegen ja ich renne auch nicht raus wenn da irgendwie steht bitte verlassen dieses Haus ne ne heute wird der David Stern alles gesammelt das Vieh wird heute in die Schranken gewiesen Alter ein Spieler noch boah ich muss mich schracken er hat sich noch angeblich Prozent ab jetzt soll er der Einmal mit Profis arbeiten ja mit Raffi aber wir machen jetzt vier Therapie Alter also heute er hätte jeder die Eier bei sich und wird durchgezogen Wer stirbt opfert sich fürs Team solange ich es nicht bin ihr müsst mich beschützen ok inshallah ich darf nicht sterben ich bin euer Herr und Gebieter ihr müsst mich beschützen abgelehnt Qualraum Schlüssel ist das neue Mission nein wir machen immer noch die alte Mission weil wir so fertig machen wollen warum ist denn der Keller woanders eh nein da war nicht keine Ahnung der geht jetzt hier auf einmal rechts runter ging er schon nimmer nein der ging immer Mitte links Kruzifix Halbmond streit dich nicht mit mir Bruder ja ruhig ich hab's hier nen Update ne ja doch irgendwas ist hier anders ja die Roller machen es bei uns ja Koran ich sag da ne Kruzifix das hab ich ja auch das regnet draus kann das sein oh nein jo ja ja du rasselst rein ich hab alle Zauberpapier Böbel Böbel Zauberpapier 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 Noma Noma welcher wer redet grad im Spielchat du Niemand ne ich nicht will gerne drehen will gerne drehen ich bin ganz oben auf dem Dach Zauberpapier Zauberpapier eins ist bei mir wer redet im Spielchat ich nicht wer dann wer dann warum steht dann Zares IP Hallo und ganz kurz äh Kabum ich kann nicht im Spielchat reden Du musst vdrücken dann geht das Wollgart sein Ja ich hab doch kein Mikro an meinem Komplastor Der Hafi müsste wenn vdrücken Zauberpapier 1 Boah wer hat geschissen Ich? Warum? Oooo Was ist denn los? Oooo Alter Was ist denn los? Die volle Trönung oder was? Wie hier stinkts? Wie hier stinkts? Na purer Scheiße Na extra für dich siehst du Such doch mal den Pribbel es suchte Böbel er sucht so also aber so aber Papier 1 8 und nun mit dem Schrank zählt die ankommen Konfirmation es ist immer da nicht bis zu konfirmiert ich habe aber auch Kommission Konfirmation zum Beispiel der Kommission und die Morgung du bist katholischen yes ok ich will den Keller ich will den Morgung ich habe die Tora Tauberpapier 2 ist im Keller am Durchbruch wo die Treppe runter geht die Tora ist im Buch warum aber hier liegt kein einziges Gegenstand habe ich bisher gefunden nee die Bibel ist gerade nicht da rennt schon wieder so ein kleines hässliches Kind ja ich mag dich auch nicht hier ist der Ritualraum Schlüssel das juckt dir hey die führen ja die mit mir auf wart ihr schon oben oh 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 ist die Haunted habt ihr oben gesucht ja ich hab nichts gefunden äh ich hab die Bibel wo ist das gut Tora 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 war im Buchladen äh im Buchraum ist bei mir ne nein ne mir geht die Schüssel auf uns beschützt den Führer ihr müsst mich beschützen guest 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 Tauerpapier 1 war ganz oben Zweiter, wo war das? Unten im Keller Hat schon jemand Blut oder irgendwas gefunden? Gar nichts Mann, Alter, schreit doch nicht so Hast du sie gefunden? Das mich voll mit erschreckt Geht von mir, weißt du, weil der so behindert rumschreit Bin ich dran, bitte, der stirbt, Alter Der macht da so einen Radau, schreit da rum und ich sterbe Wo ist das Zauberpapier? Eins ist im Bedarf, wo er immer noch Okay An den Schrei habe ich selbst viel gehört bei mir Weißt du, was wir vergessen haben? Ah, Cam Eieieie Oh, heiß Gib's Leute einmal ohne Gib mich hoch, Junge Gib mir Schnauzer Gib mich hoch, heute gibst du nur meine sexy Stimme Du kannst nur noch die Cam anmachen Äh, nein Weil wir ein bisschen umgeräumt haben Müssen wir die Cam neu positionieren Was sehen die Leute Äh, zwei ist unten im Keller Ja, ich muss den Weg finden Aber Papier 3 ist vor dem Friedhof auf dem Wagen Okay, dann gehe ich da hin Ich war gerade so, mach doch Oh, Blut Schabluuuu Äh, hat jemand, äh, bisschen Heilung für mich Ja, ich habe auch Blut oder ne Lampe Ich hab vier Und zwei, Gas, Gas, Gas Ja, Gas habe ich auch gerade im Weichen lassen Gas Ja, wir können uns aber alle zusammenstellen Einmal Blutabschied Kennst du das Meme? Gehen Sie nicht weiter Es wird Gas freigesetzt Kennst du das? Ich glaube, ich weiß, was du meinst Hier unten ist es Wo Daniel? Ich hab 2 Wasser Ja, ich geh gleich raus an den Friedhof und hol 3 Oh nein, ist es bei mir Ja, ist es bei mir Sie haunted Uuuuh Uuuuh Hat sie euch? Nein Was sagst du? Wie soll ruhig bei euch bleiben Ist alles gut Nonne Wenn du mich hörst, geh auf Bobo Äh, es hat mir vorbei gerannt Ok, sie wollten hier, oder? Jo Geh ruhig auf die beiden unten Nein, geh auf Bobo Ich bin hier Ich bin hier Ich chill hier unten Äh, oben im Auch das, wo? Uuuuh Das war eng 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 Hallo Hi Äh, du musst, wir müssen uns unbedingt heilen Ja Das ist kein Leben mehr Ja, deswegen Ich such Das hat doch Gas gehabt, oder? Nein, nein, Raffi Ich hab noch meinen Impfen Haar Bin noch bezessen Raffi hat es Oh, Junge Ich hab gut gehofft was Ich weiß nicht, wo Raffi ist In deinem Arsch Ich bin down Traumatisiert Ich bin traumatisiert Ich auch Ich kann dich nicht beleben Ich grabe hier rum Wie, du kannst mich nicht beleben Da steht er beleben und ich kann nichts machen Da steht, bei mir steht, warte bis andere Spieler dich wiederbeleben Hast du Madwurst, Kid? Nein, leider nicht Komm, wir suchen Raffi Komm, wir suchen Raffi Komm, wir suchen Raffi Wo gehen wir lang Wo bist du, Daniel? Peanut Da steht Oh no, man fell Das ist ein Problem Burr, Ailer Wo bist du ? Marien Mit nur Mitja nur mein Sch Father Du perversen Ich hab nie gedacht, dass ich so meine Jungfeulichkeit verlieren Man, Gott, wo bist du вообще wiederbele monitor? Ich hab mich selbst zu ihr H Intelli Ich hab mich selbst mir heute überhaupt nicht Sie, Tj Nein, nie wieder Ne dieındaki Nein, dann, ja Nimm mich hoch jetzt Jetzt nimm mal ein ich kann es sein ich bin wohl jetzt aber war das ist ein bei sich nicht ich spreche ab jetzt geht's weg das werden ich will haben das steht der Kuppert was mich sicher mit einem Krebswinger bleibt stehen wo man ein lieber sterbe ich als mich schon geht er hätte ich in die Ecke geträgt sexuelle Belästigung um aber auch uns unbedingt heilen das war auch wie macht man irgendwo Lampe an Jungs hier wo seid ihr hier Jungs ja das ist super nun müssen das zusammen machen ja wo bist du ihr brennt den Sturm nicht von ja trennt dich nicht wir sind ein Team ein Team Mann immer rennt zu alleine rum ich bin ein Kind was für die Ecke schützen wurde gerade erschreckt ich habe ein Blut gefunden nice cool alter atmet wie Raffi ich gehe nochmal raus auf den Dings vor wie irre werden oh erste Hintritt und ne Batterie inshallah sie lässt uns ich krieg hier alles geklaut vor der Nase oh nein da gibt's den Keller ja da muss mal einer rein nein 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 hä Jungs wer da ja ich habe noch ein Blut ich habe mich gerade richtig hingesetzt das meine ich damit ich habe mich gerade richtig hingesetzt das meine ich damit schrei bobo schrei nicht so das Alter komm runter sie ist gerade an mir vorbeigekommen nur auf mich alter die so auf uns gehen die geht auf den Führer auf den Besten das ist natürlich schlau die geht er doch sehen der hier gefährlich wird was ich dann schlau ich hab also wieder klar auf das Land nein du bist Prozent ein paar leichte Beute Jungs ich bin im Allkeller und nicht doch mein was war das denn Chicken Nuggets die an mir vorbeigegangen und hat mich angeschaut die will das kleine King sie möchte ein sie will ein Kind von dir in das kleine und oh ja Jungs die will mich hier unten verführen rettet mich auf der Gastflasche gefunden das ist der Fall aber erst mich retten ja ich muss auch was das Prozent ich hab ein Wasser ich liege im Allkeller nein Keller auch gott dieser nicht bei Gefangenen und gerade auch hier auch wie ein Bobika Prozent ja ich bin und nachdem er war vorbeigefacht wieder von so es geht um ich werde einfach sein Dreirad rum ich muss sagen es ist nett zu es ist ja wie aber irgendwie ich hab das angespannt aber ich versuchte ich kann sie wenn die weil die so aus dem nichts kommt fühlt sich nicht sicher ihr wollt ihr mich retten oder ich seh dich schuss dich gerade Jungs hört ihrs äh Raffi ich hab noch du hast du halt du hast du halt hier mach ich dann ihr komm her komm her noch acht Stück Jungs wir müssen Blutaufwand wahrscheinlich hat noch einer? ne doch 1 habe ich äh gefunden ich hab 0 0 0 0 0 ich hab noch ein Medikamente ich kann noch ein aufgeben oh ich küss mich basic komm küss mich 5 2 Wasser 2 Blut oh ja ich hab das aus der Niveau ey das ist doch jetzt eine Blöde Blut ich hab Blut die ist wieder auf mich gegangen Erste Hilfe ich muss jetzt ein bisschen leiser machen Daniel hat mir den den Todeskuss gegeben du bist noch unten oder was? ich hab noch Blut ich bin wieder tot nein ich mein' Rassen die ist wieder auf mich Erste Hilfe oh nein oh Jungs ich glaub ich bin oben ok ja der hat gerade eine Tür aufgemacht wo sind die Stäbchen? ja ich glaube ich bin oben an der Treppe ich glaube ihr braucht wieder Medikit ich hab' ich hab' hab' noch eins gefunden? nein es kommt will ich nicht? ich bin müsste ganz oben sein ich bin an der Treppe ach ganz oben ich glaub' ich bin an der Treppe ich glaub' ich bin an der Treppe boah die macht hier oben bei mir die Tür auf und zu bei uns auch bei uns auch die tritt du mich die Omi die ist noch eine Batterie in der Mit danke nein wir sind falsch gelaufen ja Blut ich Opfer oh ja wir sollten soll ich irgendwie runterkommen zu euch? ja oh die rennt bei mir oben ich glaub' ich bin's nein wir sind schon wieder falsch Raffi scheiße aber ich glaub' sie holt sich mich oder bin ich im Keller? nein nein ich muss ganz oben reden wir haben eine Gasplatte gefunden cool ich hab' zwei Stück noch wir sollten auf jeden Fall welche nehmen und noch bisschen Blut aufhören nein ich hab' keine Ahnung wo ich bin ich glaube ich liebe jemand ich hab' Blut gefunden und einen Medikett Junge ich bin mehr am Shift gedrückt halten als ich ein anderes kann boah ich hab' richtig gut Loot ich hab' nochmal Blut ich auch nochmal Blut ich hab'n Weirau oh Gott die haben hier durch vorbei gerannt boah Alter oh hat den draste Kern Abi du musst uns retten ich hab' drei Mediketts ich kann mich selber aufgeben ich bin an der Kiste ich bin an der Kiste äh auch an der Treppe ich bin den Weg nach oben nicht ah ich seh dich ich seh dich ich hab' keine Ahnung ah hier wiederbelebe wiederbelebe ich bin noch besessen weil du mich meinst ne ne der meint mich ich seh dich ich seh mich selber auf ich glaub' hier ist Licht ich glaub' oben muss noch was sein wo seid ihr? einer ich hab' keine Ahnung ähm die Treppe hoch wo das Loch ist ich bin ganz oben auf dem Dach wohnen ok ich komme ne ich hab' mich selber aufgehoben ah ok ich hab' wir sollten Gas nehmen zusammen die rennt hier oben rum ich hab' Gas gefunden cool lass mal einmal heilen komplett jo hab's dich schon im Teller bei Rauch dann sind wir abgegangen ja ja lass uns am Friedhof treffen wir müssen äh Blut spenden wir müssen Flut hochkriegen sonst gehen wir down ok mhm wo ist hier am hier vorbei gerannt ist richtig langsam geworden wie es steht hier seid ihr da am Friedhof ich bin auf dem Weg sie jagt ja sie wird mich wollen ich glaube eher ich glaube eher dass sie mich holt hi bobo hi komm mit äh dafür spende Flut und dann mach' ne Feuer jo wie komm' ich denn hier zu euch ah hier ein einmal Blut boah die ist grad in die vorbeigen nein mach mehr mach mehr die heile boah du blöde die gescheitert die sind alle tot warum das? wahrscheinlich zu lange gebraucht ja ja da musst du halt äh schnell durch scheiße noch ne runde ja wochenende brauch die hände also weiter geht's weiter geht's ins runde 2 erste runde haben wir wieder nicht geschafft aber jetzt machen wir speed run runde 2 jo let's go 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 wir wissen ja soweit jetzt geht's mal ich geh längs rum ok ich geh hoch wir müssen versuchen uns so ein bisschen zu merken wo der Weihrauch hier grozifix liegt bei mir hält auf ne mit ach hier die Tür war das da gehst du ganz hoch oder da geh ich ganz hoch mittel bin ich ok da geh ich ganz hoch alter was war das denn habt ihr's gehört? jup ok habt mich ein bisschen verjagt jup hier leuchtet ihnen was grün was denn ein halbmond? ach ich hab einen halbmond gefunden jo dann müssen wir auch gleich kommen ja dann bleib ich hier oben ich hab erste hilfe set auch gut dann der nächste kriegt bobo oh ich hab was gefunden ich hab die bibel ach ne ich brauch einen david stellenfeuer ich hab die bibel der ritualschlüssel ist im keller ok ich hab einen koran und ich habe sauberpapier sauberpapier eins ich hab eins ich hab zwei alles oben bei mir einer muss von euch den david stellen machen ich bleib hier oben jo ich suche schon ich glaub koran kam danach oder? ich glaub bibel oh weibwasser oh weibwasser erst bliebe? kann wirklich sein hier ist die taura na komm ich geh doch nochmal runter wir wissen ja wo es ist hier guter raum hä? oh blut wir sollten auch mal gucken dass wir auf hundert prozent bleiben würd ich sagen auch wenn wir ein bisschen selber unser eigenes blut spenden wir können es ja dann nur hochheilen mit gas und sowas mhm sauberpapier ist im wäscheraum 3 ich geh auch raus am kreativ guck da mal hab ihn purzifix hast du gefunden? purzifix ja geh hoch weiß ich auch noch ne äh ja das war die Tür jetzt bin ich runtergefallen ei 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 wir müssen uns auf jeden fall äh wissen wie wir lang laufen müssen also auch jetzt zum beispiel hoch also ganz hoch mitte und wie wir zum friedhof kommen oder eingang oder sowas ja alter scheißvieh halbmond halbmond ja kommt halbmond war dahinten wo leuchtest du denn dahinten koran hab ich auch äh der war nicht noch der war hier oder war der hier 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 bibel ich hab weiberser schon gefunden hatte ich letzte runde auch cool aber ich hab das äh nicht gecheckt Tauberpapier hä er hat doch einen koran gehabt oder nicht blöd ja ich glaub ah da dran vorbeigelaufen bibel jo hab ich auch das hier Tora habt ihr Tora die war hier auf der etage die war irgendwo an der seite auf einem äh tisch ist ja jemand grad runtergegangen ach ja du bist runtergegangen du hast oben das ist ja das ist ja ist ja das ist ja ja wir sollten einmal spenden ich würde runtergehen machen jo wie viel spendet man denn mit nur Röschen U-Zauber ja auch Röschen 1 10 Prozent hast du eins? okay dann mach ich ja 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 da ist nix da ist gar nix da ist gar nix ja da ist nix ja gut das runtergesprungen erste Hilfeser also ich hab bei Rau hast du erste Hilfeser schon? ich hab's hier ist die Tora 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 4 1 ist oben wenn du hoch gehst rechts das erste Zimmer ganz oben hier kommt die Jagd ich hab Blut die Frage ist wie erkennen wir ich hab Zauberfabier 2 hier unten ok ich hol das erste soll ich mich mal in die Ecke stellen und versuchen sich abzuwerfen? ob die vorsteller hier die den der dieser aber war in ganz das war das viele Ich hab mittlerweile 3 Habs Ich hab noch die Musik bei mir Same Ich glaub sie ist weg Ne ich hab sie noch Ist bei mir dann ja Wo war 3? Im Waschraum ne? Waschraum Also ich guck jetzt die ganze Zeit in die Dunkelheit rein Hab Blut Hier läuft einer bei mir rum Weil wir müssen Spende Hab Gas Weil wir müssen Blut reinschmeißen Ach Räucher Geh schon Ok Hab zweimal geschwendet Blut Na gut Lass uns einmal heilen Ich hab nix Hab nur Medikator Ich hab einmal Gas Ok dann lass heilen Ich hab auch nochmal Gas Ja ok behalte du deinen Auf wo soll scheinen Machst du hier Neben hat sie Echt Echt Macht weiter Ich geh ganz hoch Ich hör jemand steppen Bin hier bei mir Ich mach runter Keller Ich geh Ich versuche dann ganz hoch Im Dachboden Da wollte ich krassern Da waren zwei oder drei Da wurden sind einige Ne ich mein Keller Wann zwei Ich bin gespawnt Ich glaub ich bin ganz oben Das sieht nach ganz oben aus Aber wie kannst du kurz Blut Oh nein hier ist eine Kassding ist bei mir Ja bei mir auch Also ich bin ja bei mir Ich geh schnell Du hast doch nochmal Gas oder? Ja Oh bei mir Ich brauch unbedingt Gas Mach mir irgendwo einmal an Oder da Genau Ich glaub du kannst auch noch stehen Das halt ich voll Dann kannst du weiter Hat jemand ne Batterie zufällig übrig? Nein Ich brauchste auch Wenn du aufhars Zero Hab geopfert Sehr gut sehr gut Ich lauf weiter Ich hab noch ne Gasflasche gefunden Cool Hast du oben alles gemacht? Hast du alle Räume durchgeguckt? Ähm Ne Ok ich geh nochmal durch Danke Unten müsste Ich hab nochmal Blut Ja du hast oben was vergessen Hier Drei Zwei Zwei Eins Wo war denn jetzt der scheiß Ritualschlusses? Ja In der Mitte Oh In der Mitte? Äh Nee ne im Teller Ich war grad vorbeigelaufen Ich find ihn nicht mehr Äh Ganz oben ist clear Nicht deinem ist clear Eine noch kommt Hä? Wer hat den verlassen? Ist das ein Bug? Ich wurde gejagt äh gefasst gerade Also darfst du ab da nicht mehr gefangen werden? Oder was? Echt? Ich wollte durch ne Tür durchgehen und sie stand da Ne 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 Nein Ich mein ich check grad nicht Weil bei mir stand Wir haben das Also Keine Ahnung Ja Ich weiß das auch nicht Das check ich grad nicht Hm Wollen wir noch eins Probieren? Können wir gerne machen? Ja Und dann wenn wir es dann nicht schaffen Dann können wir nochmal gucken Ob das uns jemand hilft Ne und erklärt was wir machen müssen Dann Also nicht spoilern wie wir es äh machen müssen Sondern einfach nur auf was wir achten müssen Ja anscheinend dürfen Weil davor war ja auch zu Ende Wo ich gefangen wurde Also darfst du anscheinend wenn der Alarm läuft Ja aber wie willst du das machen? Das passiert doch automatisch wenn das Ja Ich glaub nach einer bestimmten Zeit Ja aber ne so schnell wie wir gerade waren Wir hatten so Der Alarm ging ja erst los Als wir nur noch vier Stück brauchten Oder musst du in einer gewissen Zeit immer einen finden Das kann auch sein Ja wir haben noch immer alles gefunden Relativ schnell sogar Nein nein Wenn du halt die erste Weihrauch zündest Weißt du dass du zum Beispiel sage ich jetzt Innerhalb von 20 Sekunden immer ein weiteres zünden musst Weißt du? So vielleicht Ja das hatten wir ja auch gehabt alles Ja der letzte hat jetzt ein bisschen länger gedauert Weil wir den nicht gefunden haben Warte kurz Experiment Lass uns rein Okay Wir kommen für Runde 3 Ja Wir haben uns nicht beurteilen lassen Wenn wir es diesmal nicht schaffen sollten Könnt ihr uns gerne sagen wo der Fehler liegt Beziehungsweise Uns einen Tipp geben wie wir es hinkriegen könnten Ohne uns zu spoilern Also hier ist ein Ritual Schlüssel Wo? Bei mir Im Koran Wo ist Wo ist bei dir? Oben Erster Stock Direkt Bibel auch Okay 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 Ich geh wieder ganz hoch David Stern Kruzifix hatte ich Kruzifix hatte ich Sehr gut Kauberpapier 2 Auf dem Weg ganz nach oben Im Mittel Aber was war das denn Ist er gespawnt oder was? Ein Freund auch schon Und Hap Ähm Der küttert auch nicht drin Nix da spielen wir das spiel auch komplett falsch also wurde erklärt du musst so schnell wie möglich die gegenstände finden ich habe das erste erster und das ritual starten hier oben ist gar nichts hier ist zauberpilpil 2 drin ok cool also ein schock recht tiefer ich gehe jetzt in killer rein muss ja irgendwo hier sein ich habe hier tor aber das haben wir schon ganz spiel letzte runde bestehen seinen fehlern und nicht alles was musst du machen wenn die hand muss dann ganz gut stehen bleiben gar nichts machen i don't get it die sauber 4 1 cool mh keller alles aber koran das weiß ich er schon tor gefunden bibel das auch hier rora das weiß ich nicht richtig gefunden ich komme jetzt langsam durcheinander was ich gefunden habe was nicht blut hast du schon erste hilfe please dass wasser das ist gut wer musste einfach weil wir versache nicht mehr ist nach vatern warten vielleicht schützt du dich halt für für ne paar minuten alles bei mir sie hantet ja bei mir oh dann komm hier wo ist denn der tor die sind aber hier vorbei gerannt Hey. Hey, Kau! da wo müssen die Tore Adi oben habe ich die oben gefunden ich hab keinen Namen hier oben gerade muss sagen wo du bist Rasi du hast ja keinen Kit richtig? Ja bin noch be... ...beißen äh ich bin jetzt auch dem die ganze Zeit gerannt ja ich auch aber ich glaub ihr habt recht dass du wahrscheinlich irgendjemand holt die Frage ist halt Raffi hat doch Weibuster gehabt ich bin am Eingang wobei er herkam ich bin halt ganz weit weg ich bin ganz oben ganz oben ist nichts Torepapier 1 und 2 hätte ich ich bin runter und hole Raffi ich holt schon aber TBD heim komm mal mit ich spende zweimal Blut ich hab einmal ich hab Blutrollchen ein okay ja auch ein ja warte ich mich heim dann ich hab einmal Gas komm her Raffi wo bist du? ich kann einmal Gas spenden wenn ihr möchtet ich hab ich hab deswegen Raffi wo bist du? boah warte dann schmeiß ich also ihr habt schon reingeschmissen komm zum Grab Friedhof ich find's halt auch komisch dass du die ganze Zeit rennen kannst mehr? ich hab auch nochmal Gas gefunden äh habt ihr Medikets beide? darf ich komm her? nee keiner mehr äh wie könnte man gehen? achso äh du hast keins mehr? hast du eins? mhm hier und dann hier einmal noch Gas für euch raus geh mal spenden ach ich weiß wo Tora ist geh mal spenden mit ich tu dann nochmal heim äh ich kann auch noch ich hab noch eine Rolle die Tora ist im Keller am Durchbruch wo man runterfallen kann ja ich war doch ganze Zeit im Keller ich hab zwei Blutrollchen äh ich komm raus äh nee die Hand dort aber meh ja bei uns allen ja die ruht mich ich will mal was testen ob das klappt ich hab's gesehen ich hab's gesehen du auch? ja ja bewegte ich mal nicht raffi kann es sein dass man sich nicht bewegen darf wenn die kommt sie holt sie holt dich die Mettfresse die Mettfresse danke dass du's getestet hast ah hier ist sie doch und im Keller oder? ja hab's ja gesagt das war aber Glück das ich sie gefunden hab ja ich komm jetzt miteinander mit den Plätzen durcheinander jetzt ähm eins war äh war die guck mal im Keller war die auch hinten in dem einen Raum äh ah schon wieder gesehen du hast ja nen Kit oder? kann ich auch wo hin? mhm wo wo hat du warst äh du bist ganz hoch äh nee wenn du ganz hoch gehen willst ist doch ein kleiner Raum da du weißt nicht nie was drin ist weißt wo ich mein? aha da ist die Idee glaube ja Papier 2 ok es war eigentlich an Bobo gerichtet der ist ja eh oben wir gucken in den Keller weiter das ist 100%ig äh Mittel ne es hier 100%ig ist hier ich find den Weg nur nicht das ist so ne komisches Raum mit Doof und sowas hier da ist das drin einer muss Blutspinn ich hab zwei Piolen ich würde hochgehen gleich jo ich hab kein Blut ich verlaufe mich nur hier unten ja ich verlaufe mich nur hier unten nein gejagt oh die kommt schon wieder oh die kommt schon wieder jetzt müsste ich mich durchlaufen bei ihrer logik die verstehe ich nicht boah ich finde blutig gesperrt ich hab gerade also halten wir uns anscheinend mit dem Blut den kleinen Pisser vom Leib den kleinen Pisser vom Leib oder nein der ist auch da ja der hat mich grad gefunden sie hat mich jetzt auch wo sind jetzt diese scheiß fucking Papier unten im Keller in meinem komischen Raum also die Runde läuft echt scheiße ja wie gesagt die ist im Keller und oh Gott ja ich bin schon auf dem Weg in irgend so einem komischen Raum ich finde es nur nass bin ich draußen gespawnt geregnet beziehungsweise Gewitter ich würde dann gleich was hinstellen zum heilen was dann wer brauche auch noch Raffi wo bist du unten äh Friedhof ja ich komm zum Friedhof ich bin am Eingang Puh kommst du vor wo bist du ich bin im Keller nein Raffi am Eingang oh Gott du warst doch grad am Friedhof am Eingang wo bist du wo ist im Eingang ich bin jetzt am Rito jetzt bleib da jetzt nicht stehen das mach ich gleich unsicht an Alter mein Gott ey Digga die die stammt vor mich du musst mir näher ran sonst du kriegst nichts ich bin voll aber dann ist das Bobo der Brauch oh okay man könnt ihr euch nicht unbenennen ich hab nur eins kommst du an Friedhof oder ich hab ich hab alles gut gönn dir ich würde nochmal Blutspenden gehen und dann nochmal um ich bin voll machen oh gejagt ich find's nicht tut mir leid junger keine Ahnung das ist bei mir das ist ich bin Ich habe gerade gewundert, dass sie an mir vorbei gerutscht haben. Ich habe es. Da unten im Keller? Ja. Ganz komische Stelle, oder? Zauberpapier 2 wohl ich. Ich weiß, wo es ist. Willst ihr wo 3 ist? Gibt es 3? Ne. Äh, ja. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Ah, ist es bei mir durchgeflogen? Wo bist du, Raffi? Ich kam selbst. Also. Habt ihr noch ein zweites Mittelkirchen oder so? Ich habe nichts. 6. Nein, ich habe eins. Ich habe eins. Das ist gut. Hier ist noch eine Batterie. Braucht jemand? Ja. Bin leer. Dabei, ich habe dabei. Oh, nein, 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 nein. Oh, Wallwasser. 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 Die Frage ist halt, wie funktioniert das mit dem Wallwasser? Schmeißt du das und dann... Oh, ich habe noch eine Batterie gefunden. Schmeißt du das und dann ist... Oder... Wie funktioniert das? Noch ein Wallwasser. Wo waren gerade Items ohne Ende. Also Dachboden ist clear. Okay. Hä? Da ist was. Bei Keller haben wir ja auch genug abgesucht. Wenn wir es dann ja gefunden haben, muss ja entweder im Erdgeschoss sein oder im Ersten. Anscheinend ja. Die Hand hat wieder. Oh. Oh. Toll shot. Bei den kleinen Scheißer. Wenn der vor dir ist, werfen. Ja, nur für den kleinen. Okay. Anscheinend ja. Batterien habe ich gut gesammelt. Zwei Stück, wenn ihr braucht. Tristisch. Mann, wo ist denn jetzt das dritte? Ich hab's. Ich hab's. Mann, du! Du! Du, alter! Hast du noch Blutweil schon noch? Eins. Bitte schön. Danke. Wo bist du? Wo bist du? Nichts so. Kannst ich ja selber halten. Ich bin noch böse. Du kannst ja eh selber aufhören. Äh, ich leh dich. Nichts. Nichts. Nee, nieder. Ich heb dich auf. Kannst du mir, äh, den Medikids angeben? Ich hab keins. Ach so, du hast. Ich kann dich aber halten. Ach nee, hab ich auch nicht. Batterie hab ich. Um Weinwasser. Batterie hab ich auch. Ich mach oben Dachgeschoss fertig. Okay. Ich mach erster. OG. Wie ein Medikant. Ähm. Wenn wir bei 5 sind. Mein Geht allerdings bei 9 oder so. Ich glaub nach Zeit. Weil vorhin ging er erst bei 4 an. Stimmt. Dann go, go, go. Dachgeschoss das sollte clear sein gleich. Okay. Runter, runter, runter. Der Raum hab ich gemacht. Oh, erste Hilfset. Bleib hier, ich hab mein erste Hilfset. Bist du bei mir? Ich hab auch eins. Oh, der kleine Fratzenhammer. Der ist nur nervig. Das ist True. Der ist nervig. Ja, jagst. Die Jagd. Ich mach mir einfach meine Gas. Ich mach Blut rein und dann mach ich mir Gas an. Wir sind am Friedhof. Ich glaub, sie war bei mir gerade. Ich muss nicht. Sie rennt weg vom Feuer. Sie wollte mich. Sie rennt an mir vorbei. Das ist zu wissen. Raffi heilt das? Die Bobo. Entschuldigung. Woher? Wie? ich schon feller des weihrauchern ich hole mich dann selber die letzten drei müssen im Keller sein nein ich hab welche im Keller schon gemacht ja ja das möchte ich also im Keller sind gemacht ich bin dabei gerade zwei habe ich schon ich rennt bei mir rum ich mach mal Feuer an kannst du dich heilen Bobo oder Raffi ich hiel mich schon ich kann weiter letzte 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 habe ich habe ich am Friedhof lass mich ganz kurz heilen lass gemeinsam gehen lass ganz kurz hoch heilen ich hab noch Heilung ja ich kann noch einmal anmachen Raffi wo bist du ich bin aber ich er ist nur so klein hast du noch an? warum kann ich dich nicht anmachen? jetzt ich hab halt kein Blut mehr aber weihrauch wir wollen mal los ja reiz reiz voran ich geh links rum ok ich renne hier die ganze Zeit durch komm mal in den Irrstand ah sie hat mich aber es geht weiter der ist hinten der ist oben oder? der Schlüssel war oben im ersten Gebiet ja 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 Teller komm mit ich kann sich auch filmen ich bin noch besessen keine Ahnung ja kann mich wiederbelebt muss die hier hinten gewesen sein nein wo bin ich nein oben ich komm runter hier 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 ich mach hier das Licht an ok waaaah der kleine stinker jeg jagt mich ja wann willst du wieder starten wann wir aufmachen mach 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 ich hoffe ich muss nicht da sein ich komme wir brauchen dich wir brauchen dich wir brauchen dich ich bin aufm weg bin aufm weg wo seid ihr? unten im Keller ja ja wo ungefähr hier hier ist dein Licht an ich kann einfach durch hier ist dein Licht an hier ist dein Licht an hast du noch mal Licht? hast du noch mal Feuer? nein ja ja komm her komm her wir müssen dich heilen komm rein komm rein ich heile dich ich heile dich Das kurze Autismus. Das war's. Ja, Digga. Super. Super Ende. Ach Gott. Ja. Dann würde ich sagen. Jetzt an den Finger. Wir haben es geschafft. Nächste Folge wird dann im Schloss, wenn ihr da das Wort habt. Genau. Ja, viel Spaß mit der Folge und wir hören uns dann nächste Woche bei Cary. Cary Sunday. Tschö, 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 tschö.